Ich habe nur den Grappler. Du hast nur den Grappler. Hast du überhaupt schon eine Waffe? Das ist ein Gegner, Digga. Das ist ein Gegner, der sich als Bot ausgegeben hat. WTF? Was war das, Leute? Nein, die haben ihn wirklich wiederbelebt. Ich habe einen niedergestreckt. Nein. LOL. Ja, so wichtig. Nein. So wichtig, Leute. Yo, Leute, checkt auf jeden Fall die Webseite von Ultradest. Da gibt es die krassesten Gamecash überhaupt, Leute. Erster Link oben in der Beschreibung. Ab geht's. Ja, hallo, YouTube-Jahr. Ich habe heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es eine geisteskranke Challenge. Und zwar die Challenge vor der Runde. die Waffen auswählen. Mit dabei ist der gute alte Schmutzio. Link dazu nicht unten in der Beschreibung. Checkt die nicht ab. Und was geht? Wir sind die Sieger. Wir sind die Sieger. Also erst mal ein Satz würde ich mal sagen. Ist klar. Ein Taui. Digga, warum will man bei dir Taui? Bei mir immer 500 D-Challenge. Digga, du willst immer diesen Sparfuchs machen, Digga. Okay, sehr gut, Leute. Um 1000 Euro geht es dann heute. Und wir werden das so machen. Also wir werden jetzt im Vorfeld sagen, welche Waffen wir auswählen. Und wir dürfen nur 5 Gegenstände auswählen. Wir dürfen nichts anderes verwenden. Und wir dürfen auch keine anderen Waffen aufheben. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mythische Ska, Grappler, grüne Tactical, dürfe ich keine anderen Waffen verwenden, nicht mal um Bots zu töten oder so. Und deswegen muss man schlau sein. Man muss sich gut überlegen, welche Waffen man auswählt. Und ich würde sagen, SU, du wählst deine Waffen zuerst. Schildtränke und Heiltränke zählen übrigens mit rein. Zählt, alles zählt mit. Alles zählt, es gibt nur 5 Slots. Ich habe mir schon einen Plan gemacht. Okay, welches Slot? Ich sage dir, ich sage dir meine Slots. Mein erster Slot, grüne Tactical. Grüne Tactical, okay. Mein zweiter Slot wird etwas fürs Heal sein. Und zwar nämlich die Mad Kids. Die ganz normalen Mad Kids. Okay. Keine Bandage, sondern Mad Kids. Okay. Und beim dritten Slot dachte ich dir, hm, großer Schildtränke oder kleiner Schildtränke. Ich habe mich letztendlich für die kleinen Schildtränke entschieden. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich immer nur mit 150 HP rumrennen. Nie 200 HP. Und mein vierter Slot ist ziemlich risky, ja. Ich hätte jetzt eine mythische Ska nehmen können, aber ich nehme die epische Ska. Ich sage epische Ska, Bro. Es ist riskant. Es ist wirklich riskant. Okay. Und jetzt kommt mein fünfter Slot. Es kann sein, dass ich die ganze Runde ohne einen fünften Slot spielen werde. Deshalb, ich riskiere es, Leute. Ihr wisst, ich liebe den Grappler. Deshalb, Grappler, fünfter Slot. Oh mein Gott, ich sage das verloren. Okay, Leute. Wir nehmen eine Baba-Combination. Und zwar, ich habe mich dazu entschieden, ich werde die mythische Minigun von Brutus nehmen. Oha. Um die Minigun zu bekommen, weil eigentlich, Leute, wir können die Runde easy gewinnen mit der Minigun. Die ist so ein Allrounder-Waffe. Das ist einfach eine Maschinenwaffe. Um die einfach zu bekommen und die Bots zu killen im Vorfeld, habe ich mich dazu entschieden, eine grüne AR mir zu wählen. Als Zweitwaffe einfach, um halt mir den Weg freizuschießen. Okay, krass. Dann wähle ich aus. Dann gehe ich voll auf Heal. Okay, ich werde dann auf, ich werde dann ein Mini-Shield-Trank nehmen können und ein Big-Shield-Trank und Mad-Kids. Das wird meine, also ich habe nur zwei Waffen aufgewählt, bin mir auf Heal gegangen, aber ich glaube, damit kann ich es wie hier killen. Leute, man muss sagen, Stani hat wirklich eine save-ere Variante ausgewählt, außer halt die Brutus-Minigun, muss ich zugeben. Das wird auch schwierig sein, die zu holen. Es wird schwierig, klar, aber ich finde, mein Loadout ist ein bisschen riskanter, aber okay, ich nehme die Herausforderung an, ich riskiere, no risk, no fun. Leute, wir werden loslegen, abfahre. So, Leute, wir haben jetzt hier noch ein Random drin, weil ich außerdem auffüllen gemacht habe. Den lassen wir jetzt einfach mal drinnen, mal gucken, ich denke mal, der wird uns vielleicht noch ein bisschen supporten. Der Typ kommt sogar mit zu The Grotto, ich hoffe nur... Da hast du bestimmt einen Stream-Snapper. Digga, ich hoffe nicht, dass er meine Minigun klaut. Wenn er meine Minigun klaut, bin ich natürlich am Arsch, ne? Oh, das war so geil. Komm schon, wenn du ein Stream-Snapper bist, dann einfach deine Dinge ins Keißen. Ich seh doch schon, er ist ein Ehrenmann, Digga. Ne, der landet, lol, der landet Dirty Docks, glaube ich. Der landet Real Talk Dirty Docks. Ja, ich werde jetzt auf Risiko, Leute, direkt in so Grotto reingehen und einfach hoffen, dass da irgendwo eine grüne AR liegt. Wenn da eine grüne AR liegt, dann Jackpot. Ah, ich wollte oben reingehen, weil oben hätten wir noch, oh, hier kommen auf einmal wieder 20, ja, es kommen 20 Leute mit, Digga. Ja, Mann. Das ist das Ding, ich kann hier halt nicht killen, Leute, weil ich keine Waffe habe. Ich muss mich halt jetzt wirklich auf die grüne AR verlassen. Nein, Johnny, ich bekomme aus meiner ersten Truhe großen Schilddrang, was ich nicht benutzen darf. Ja, das ist natürlich nicht. Das ist so schade, Mann. Wir machen ja wieder fünf Minuten Regeln, ne? Ja, fünf Minuten Regeln. Oh, mein Gott. Guck mal, ich sag direkt ja, aber bei dir immer diskutieren. Direkt hier ist jemand, Leute. Direkt hier neben mir ist einer gelandet. Bitte grüner. Ah, hier wird, ich bin dumm, Digga. Ich hätte Schwere nehmen sollen. Leute, ich bin dumm. Guck mal. Was hast du gefunden? Schilddrang, Schilddrang, du musst schon mal was verwenden. Ich hätte einfach diese Schnellfeuerwaffe nehmen sollen. Die findet man noch safe in so Grotto. Nein, ich bin so dumm, Digga. Locker, Digga. Warum hast du das nicht gemacht? Ja, fällt mir jetzt gerade auch ein. Wir machen auch die Challenge zum ersten Mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Gib mir eine Tag. Da drüben ist ein Gegner, Leute. Der wird mich jetzt wahrscheinlich holen. Ich probiere. Wichtig, wichtig, komm schon. Stani, du glaubst nicht, ich habe zwei große Schilddränge, die ich nicht benutzen darf. Das ist so lächerlich. Der ist unten reingegangen. Der ist... Oh, Leute, die sind zu viele. Hier sind zu viele. Ich möchte, komm schon. Was soll ich machen hier? Ich brauche eine grüne AR. Und das Problem ist, grüne AR, wenn wir hier nur durch Kisten bekommen. Nein, aber nochmal ein Biggie. Wichtig. Madkit dürfe ich auch verwenden. Wir haben guten Starter, muss ich sagen. Okay, Leuchtung geht bei mir gerade kaputt. Es regnet Loot. Es regnet Loot. Bitte grüner AR, bitte grüner AR. Ja! Jack Furt. Jack, wir sind drinnen, Leute. Jetzt sind wir drinnen. Mann, ich bekomme eine blaue Tactical, die ich nicht benutzen darf. Und kleine Schildtränke. Jetzt sind wir drinnen. Jetzt müssen wir nur noch Brutus killen und dann haben wir die Runde hier gewonnen. Es zählt natürlich wieder, wir haben es vergessen zu sagen, der, der die meisten Kills macht, hat natürlich zum Ende gewonnen. Ganz einfach Geschichte. Da hinten ist einer. Ey, ich habe einfach bis jetzt wo mein Loot und das Schild trank, sonst darf ich nichts benutzen. Das ist ja echt lächerlich. Tja, du hast ein schwieriges Loot gewählt. Ich wollte es riskieren, aber ich werde auch nicht aufgeben. Ich schaffe es, ich schaffe es. So Leute, den ersten Kill könnten wir jetzt machen mit der grünen AR. Der Typ ist hier. da sind zwei Leute hier. Nein, die sind abgehauen. Ist der da drin? Komm schon, gib mir doch eine Tactical, da kann ich endlich mal bei Sabrina ein kleines Besuchchen abstatten lassen. Die Stars, Ananas. Die hauen ab, Leute, die sind abgehauen. Okay, gar kein Ding. Ey, ich brauche Brutus Minigun, bitte, bitte, bitte. Dein Teampartner ist einfach bei dir. Einfach ein 30er, den hast du doch locker bezahlt, dass er die Hilfe bei dieser Channel hat. ich weiß nicht, wer das ist. ja, ja. Vielleicht klaut er mir auch die Sachen jetzt. Endlich eine Tactical, so wichtig, Leute. Es ist so wichtig. Nice. Das Ding ist, Freunde, ich weiß nicht, wo die Minigun ist. Wo ist die Minigun? Der Tresor ist noch zu, Digga. Bruder, hast du die Minigun? Ja, ja, ich habe die Minigun. Nein, er ist die Minigun. Ja, Mann, irren Thanos, irren Thanos, ich küsse dein Herz. Ey, das ist doch ein Bot, Digga. Leute, wo ist, wo ist Brutus, Digga? Komm schon. Das kann nicht sein, Brutus ist weg. Brutus? Mad Kid, ganz wichtig. Nein, 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 Leute. Ich habe schon drei Items von meinem Loadout. Zwei Feen nur noch. Ey, wenn wir jetzt wirklich nur die grüne AR haben, dann sind wir richtig am Arsch. Wo ist Brutus? Nein, ich glaube, Brutus ist down, Leute. Stani, du glaubst nicht, was passiert. Du glaubst das nicht, Digga. Nein, Leute, ich habe verkackt. Ja, ich durchsuche einen Handwerks. Leute, meint ihr, der Typ hat hier irgendwie was damit zu tun? Das ist ein Gegner, Digga. Das ist ein Gegner, der sich als Bot ausgegeben hat. WTF? Was war das, Leute? Was war das gerade? Leute, der Gegner hat die Minigun. Ich muss gucken, der muss hier irgendwo rumrennen. Warum schießen die so auf mich? Ich habe euch nichts getan. Leute vor uns, sie sind vor uns. Das ist, ich weiß nicht, was ich machen soll, so richtig. Ich muss aufs Safe auch spielen, ne? Ja. Oh mein Gott. Nein. Er durfte mir die Minigun. Moment mal, Stani, ich habe eine Sache nicht bedacht. Ich habe eine wichtige Sache gar nicht bedacht. Nein. Was denn? Was denn? Was denn? Ich habe, ich habe keine Möglichkeit, in den Tresor reinzugehen. Ich habe die Kart, ich habe die Kart ja nicht ausgewählt. Nein, er hat die Minigun. Ja. Let's go, Boys. Heißt du die Minigun? Du bist am Arsch. Nein. Jetzt, ich meine, Teamate ist sogar noch hier, mein Teamate ist sogar noch hier, der den Tresor aufmachen kann. Das ist so unfair, ne? Let's go, Er hat ihn bezahlt. Aber ich habe gar nicht daran gedacht. Ich sage euch, wie wichtig auch Mad Kid gerade alles ist. Alles genau richtig gepickt, Digga. Leute, ich habe das, ich habe das maximal richtig gepickt, Digga. Zwei Kills habe ich schon, ne? Wie viele hast du? Ich habe null. Biggie. Du hörst mir ja gar nicht zu. Wir haben noch Biggie, Leute. Mann, das ist so unfair, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Ich habe einfach an das richtigste nicht gedacht. Ehrenmann, Digga. Hier, ich gebe den lieber nicht. Stande, du 31er. Leute, er ist Ehrenmann, Digga. Er ist einfach hier. Hier, Bruder. Danke, danke. Danke, Alarm, Alarm im Darm, Digga. Du bist ein Ehrenmann. Dankeschön, Bruder. Danke, danke, danke. Einfach nur widerlich, dieses Verhalten. Nee, das finde ich auch schade. Er freundet sich mit jemandem aus der Community an, zahlt ihm sogar Geld, dass er ihm hilft und Tresor sogar aufmacht. Schade, dass du jetzt so schlecht drüber redest. Schade. Ich habe jetzt keine mythische Ska, ich habe nichts, ich habe einfach einen leeren Slot jetzt. Ich habe nur den Grappler. Du hast nur den Grappler. Das reicht mir, Bro, das reicht mir. Hast du überhaupt schon eine Waffe? Ich habe, ja, die Tag habe ich jetzt auch, aber ich meine halt die Ska, die ich nicht looten darf. Die Ska, ich musste einfach eine Ska und eine Karte liegen lassen. Da war kein Mensch, Leute. Ich hätte so schön zum Tresor gehen können, aber nein. Hättest mal schön die mythische Ska ausgewählt. Die mythische Ska, das ist ein Vorteil. Hätte ich einfach Ska gesagt. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Was für Waffen hast du jetzt? Also, Platz 1, Slot 1, Tactical in grün. Habe ich gefunden. Ich habe drei Mad Kids, war auf dem zweiten Platz und Schildtrinker habe ich auch drei Stück. Und auf dem letzten Slot habe ich meinen Grappler. Also habe ich nur eine einzige Waffe ohne Moon. Ich habe nicht mal so viel Moon, Jungs. Oh, Leute, Tag ist, Tag ist halt böse, sage ich ehrlich jetzt. Tag ist richtig böse. Das ist, das kann er nicht schaffen. Er kann, also wenn wir jetzt nicht wirklich komplett lost sind und wir von 20 Leuten gepusht wären, sollte das Ding hier eigentlich locker für uns drin sein. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine richtig geile Idee. Oh, vorne Gegner. Ja, du könntest upgraden, das würde gehen. Ach, upgraden ist erlaubt. Ja, ab, ja, nice. Dankeschön, dass du die Idee, dass du hier die Regeln einfach erinnerst. Streamsniper, Digga, ist doch Real Talk, Digga. Oh, holt er mich ab? Wer holt dich ab? Der Einzige, der dich hier abholt, ist hier vielleicht deine Kills. Das werde ich abholen, du Affenkopf. Leute, hier sind noch Bots. Wir können jetzt hier schön mit Kills im Vorsprung starten. Das ist Esu, der Pisser. Mann, ein Kill, ein Kill. Leute, sind noch Leute. unterschätzt mich ruhig weiter, Stani. Oh mein Gott, die sind richtig viele gerade, und die sind auch Bots, viele. Und Esu holt sich jetzt die ganzen Bots. Nein, 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 der hat mich fast. Ich schieße Esu runter, dass er gekriegt wird. Und wegen Bots. Das ist kein Bot. Natürlich war das ein Bot. Der hat mich fast weggelasert. Er hatte die Drumgun, die du nicht aufmüten darfst. Drumgun bräuchte ich auch nicht. Hat der wirklich die Drumgun? Leute, da vorne sind noch zwei. Ich habe Angst, dass ich gesnipet werde. Nee, das war Stani, der auf mich so geschossen hat. Du bist so irrenlos. Du bist wirklich irrenlos. Guck mal, vorne sind noch Gegner. Hier, holt ihr die. Holt ihr die. Bam. Wo ist der? Ja! Mann, du bist so ein KSer, Digger. Wichtig! Das ist mir so unfair. Wichtig! Einfach besser! Wie viele Kills hast du schon? Ich habe vier Kills. Vier Kills. ich hoffe, ich hoffe ich. Ich fick das noch hin, Jungs. Ich fick das noch hin. Stani, komm, Kompromiss. Du bist doch der festen Überzeugung, dass du es easy gewinnen wirst, oder? Ja, wäre ich auch. Dann drop mir mal Pumpmoe ein bisschen. Ja, Digger, Kein Problem, ich bin da Ehrenmann, Digger hier. Ehrenmann. Schade. Wichtig, Leute, wichtig. Das sind Free-Kills, das sind... Ich brauche unbedingt das. Nein, die rennen weg, die rennen weg. Ja! Der Helikopter ist nicht down, Helikopter ist nicht down, komm, komm, komm. Komm schon. Oh my God, big damage! Das sind noch ganz viele Gegner. Big damage, Alter. Nein, jetzt holt er sich die mit dem Grappler. Und die sind so low. Ich weiß nicht, wo die sind. Okay, er weiß nicht, wo die sind. Hier, die sind da. Die sind da hinten. Real talk. Ach so, danke. Also in die andere Richtung gehen. Immer umgekehrt denken, Leute, bei Stani. immer umgekehrt. Guck mal, die hauen ab, die Gegner haben so Schiss vor uns. Boah, Stani, hier sind so viele Gegner, ne? Aber, ich sag dir, mit deiner Grotto-Waffe hättest du alle gekillt. Oh, Leute, er will snipen. Ich hab Angst, ich durfte keinen Sniper-Schutt kriegen. Vor uns, zwei Leute, Alter. Komm, geh rein, geh rein, geh rein. Nein! Wichtig, wichtig. Nein, egal, ein Kill, ein Kill. Ein wichtiger Kill. Wie viel steht, Stani? Ich hab drei Kills, du? Ich hab fünf Kills. Okay, drei, fünf. Ist okay, ist noch gut. Wichtig, Schaff ich, da kommt noch jemand. Ich muss mich heilen, du glücklicher. Unser Kamerad kommt, das gefällt mir gar nicht. Wo ist Stani? Slack, Leute. Er ist dir daunt. Ja, so wichtig. So wichtig, so wichtig, so wichtig, Oh mein Gott, Stani, guck mal, was dir liegt. Guck mal, was dir liegt. nein. Ich hab die ewige Skar geguckt. Jetzt geht's los. Wie viele Kills hast du jetzt? Wie viele Kills hast du? Ich hab vier Kills. Ich hab vier Kills. Wir haben fünf Grammer, Leute, jetzt ist es aber echt höchste Eisenbahn, Digga. Aber wir sind jetzt gut mit Leben. Ich hab ein bisschen defensiv gerade gespielt, Leute, weil ich wollte nicht zu offensiv rein, aber jetzt muss ich, ich muss jetzt reingehen. Oh oh, das wird noch richtig spannend, Leute, das wird echt spannend. Vor mir Gegner, vor mir Gegner, Leute. Ja, es schmeckt doch gut vor dir Gegner. Ja, das Ding ist halt, er ist halt einfach auch viel schneller wie ich, ne? Oh Leute, da sind schon wieder Leute, er kann mir die ganzen Kills geklauen. Ich muss auch selber tun. Bam! Nein! Der hat mich fast gekillt. Wo? Ich seh ihn nicht, Leute. Richtig, richtig, richtig. Der hat die One-Shot, Bam! Lass mich in Ruhe. Ich hab dir nichts getan. Der ist One-It, Leute, der ist One-It. Ich hab dir nichts getan, Stani. Oh mein Gott. Wichtig, Finish. Nein! Der darf nicht gefinisht werden. Kommt, heilt eurem Partner. Heilt eurem Partner. Ich bringe ihn zu euch, heilt ihn. Stani darf ihn nicht. Kommt. Digga, das ist so viel 31er. Du bist jetzt grad nicht wirklich zu denen gerannt und willst, dass die ihn heilen. Ich hab ihn, ich hab ihn in den Gegner gebracht. Digga, du bist so eklig. Du bist eklig. Hinter uns auch noch einer, Leute. Hinter uns. Nein, die lasern mich, die lasern mich. Das ist deine Chance, jetzt schon nicht. Das ist full deine Chance. Ich muss weg hier, Leute. Hier sind zu viele, Digga, da geb ich recht. Ich muss auf Safety. Wie viele Kids hast du? Nein, die haben ihn wirklich wiederbelebt. Die haben ihn wirklich wiederbelebt. du bist so ein... Nein! Ich hab einen niedergeschreckt. Nein. LOL. Jackpot, Leute. Shani hat sechs Skills. Shani hat sechs Skills. Fünf oder sechs Skills? Das muss ich wissen. Ich hab jetzt fünf, sechs... Komm, ich geb dir noch eine gute Nachricht. Sechs Skills. Für mich. Und zwar hol ich jetzt 200 AP durch den Truck. Bam, bam und bam. Mach das. Da kommen jetzt auch die Gegner zu dir. Du hast recht. Aber den Gegner hol ich. Der kommt zu mir und der ist tot. Weißt du was? Komm, ich werd ihn abhören. Dann kannst du sehen, wo er ist. Na, wo bist du, Bra? Wichtig, Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich hab keine Mets mehr. Nein. Achso. Ghosted, hast du das gehört? Ja. Da wollte er mir die Mets klauen. Die letzten Mets wollte er mich klauen. Wie viele Kills hast du? Ich hab sieben Kills. Ich hab fünf. Ich hab fünf. Ich hab auch gleich keine Mets mehr standen. Leute, ich sag euch so wichtig, dass wir hier einfach Mets und so mitgenommen haben. Komm schon. Ich muss jetzt raus. Dann links sind welche? Hast du ein Jump Pad? Benutz mal auf Evo ein Jump Pad. Ich hab keins. Die wissen, wo wir sind, ne? Wo denn? Nicht, dass wir gleich weggesnitzt werden. Oh oh. Es ist so spannend. Hey, Leute, ich hab 100 Materialien. Zehn Bulls. Ich sag dir. Oh, wichtig, Leute. Darf ich alles nicht looten, Digga? Ich darf das alles nicht looten. Ich hab noch zwei Bigis, Junge. Aber es ist halt so schnell mit seinen Scheiß Grab. Oh, wichtig. Oh, die schießen wieder auf mich. Wie viel Metz hast du denn? 300. Ich muss jetzt anfangen zu farmen. Wie viel hast du? Das sag ich nicht. Sag doch. Oh, die snipen mich da alle. Das Problem ist, die werden eher mich treffen als Asyo. Wir müssen hier den Berg hoch. Ja, das wird nix. Vor uns ist auch noch einer hier links unten. Ja, den hol ich mir jetzt. Ich hab'n Jump Pad gefunden. Nice, let's go. Bam. Leute, die sind abgelenkt von Asyo, Digga. Die sind abgelenkt von Asyo. Richtig. Correct. Wie viel Kills hast du? Wie viel Kills? Ich hab' gleich meinen zweiten neuen Kill, wenn ich den jetzt treffen sollte. Dann hast du neun? Nein, meinen zweiten neun, meine ich jetzt, seitdem ich das letzte Mal gesagt hab. Also, ich hätte dann mit ihm sechs. Ey, ich stehe unter Beschuss. Nein. There's the one shot, Shani. Der ekle ist one shot. Ist auch one shot, Leute. Ja, Mann. Let's go. Ja. Nein. Nein. Wichtig. Wie viele Kills hast du, Shani? Ich hab' acht. Ich hab' sechs. Nein, ich hab' verloren. Ich hab' verloren. Er hat verloren. Nein. Als ob ich das so eklig verloren hab. Er hat verloren, weil ich einfach besser bin, Leute. Digga, das gibt's doch nicht. Als ob du einfach jetzt noch gewonnen hast. Ich hab' ihn einfach destroyed, Leute. Acht Kills. Guck mal auf, wenn ich den jetzt kille, dann hätte ich sieben Kills. Das bringt nix mehr. Das bringt nix mehr. Ich hab' gewonnen. Ich will ein Rematch. Ey, Leute, ich hab' Real Talk, ich hab' Real Talk so geschwitzt, Ich will ein Rematch. Ich hab' mich wirklich so wacker geschlagen, bin ich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Wir haben beide gespielt, aber dass du mit einem kill einfach gewinnst. Lass die letzten Pick-Echsen, lass' den Pick-Echsen. Ja, ich versuche, ich warte grad einfach noch. Ja, sieh' noch ein bisschen an. Lass' mir noch ein bisschen an. Dann noch ein bisschen. Warte, 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 ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Ich hab' keine Metz, ich muss mich erst mal heilen. Jetzt erst One Shot, erst One Shot, Real Talk, erst One Shot. Okay, Spitzhacken, sagst du? Spitzhacken, sagst du? Okay, ich geh mit Spitzhacken raus. Wege er so schlecht, Leute. Ich hab' aber keine Metz mehr gehabt. Er gönnt sich Fisch. Er hat sich Fisch gegönnt. Hat gute Hits. Er hat sich grad' noch'n Fisch gegönnt. Ja, ich hab' auch keine Metz mehr, Leute. Ja, ich hab' auch keine Metz mehr. GG, Mann. Schade, warum muss ich so verlieren gegen Standi? Ja, guck, ich hab' sieben kills, du hast acht. Leute, der Gewinner dieser Challenge, meiner Meinung nach, eine der geilsten Challenges überhaupt, heißt da wieder Standard zu dem Grill, Digga. Leute, liken, abonnieren, muss hier drin sein. Wir haben destroyed. Ein Kill mehr wie SU. Einfach ausgespielt, den Jungen. Tschö mit Ö.